N.E.W. Hochexplosiv ist Geschichte. Hochexplosiv Acht ist Geschichte. Und Maverick Cross ist der neue N.E.W. World Heavyweight Champion. Und Boris Payne ist dank des Deadline-Koffers der neue Number One Contender. Only the strongest 30 Minuten Ironman Match. Maverick, ich habe Respekt vor dir. Ich habe Respekt davor, was du getan hast bei N.E.W. Hochexplosiv. Und du und ich, wir kennen uns. Wir waren schon oft miteinander in den Ring. Als Partner, als Gegner. Aber noch nie waren wir Mann gegen Mann, eins gegen eins. Maverick, trotz dem ganzen Respekt, den ich für dich habe, bei N.E.W. Only the strongest kannst du dich schon wieder von dem Gürtel verabschieden. Nur die Stärksten kommen durch. N.E.W. Only the strongest am Samstag, den 10. November im N.E.W. Hotspot in Hessdorf. Tickets auf N.E.W.-Restling.de